Und zwar kommen die beiden. Diese Auseinandersetzung wird auch tagtäglich erst an der Hochschule starten. Geben an. Ja. An der Hochschule soll ich das Recht und das Wartensystem tagtäglich einlegen, dass wir nun mehr ansteuern und zusätzlich mal in Partikalen die Konzerne verlieren. Darum sollen wir uns nun an Tüttungsbildungen, Kölnformen, Nud und Maßstab auf sich geraten. Und wir werden heißen Ihnen entgegen, aber die Gesellschaft nicht angreifende Verstehen und verändern. Deswegen haben wir als RASTA einen Präsentat von 2020 ausgerufen und wir unaktuell auf den Kampf für akademische Tage der Gruppe aufs Kredite können.